Hallo und herzlich willkommen zurück nach einer extra langen Aufnahmepause, die wir gemacht haben und kaum erst mal drei Wochen im europäischen Ausland. Da macht der Shadow hier einen Unsinn mit unserer Big Mama, aber er ist heute wieder dabei, der liebe Shadow, hallo. Wunderschönen guten Tag und mit Unsinn meint er den kleinen Zwischenfall, den wir hier hatten. Es hat irgendwie, ich wollte eigentlich nur Big Mama andocken und dann hat die auf einmal ihren Rüssel hier gegen den Boden gerichtet und das Cockpit weggesprengt. Das ist gar nicht toll. Ja, wie gesagt, da ist man einmal weg und dann passiert sowas, dann hat man gleich wieder ein Loch im Boden. Ja, nun zum Retten des Schiffes würde ich sagen, wir brauchen jetzt erstmal so eine Art Andock-Schiff, wo wir, oder haben wir sowas schon? Wo du vorne hier so einen Kontaktfuß hast, wo du dich dann, ach nee, das war unser Kaper-Raumschiff, das wurde ja mal geklaut, ich erinnere mich. Dann bauen wir uns schnell ein neues. Was wolltest du bauen? Ja, so ein Andock-Schiff, wo wir uns hier irgendwo andocken können, dass ich das ein bisschen aus dem Boden rausziehen kann, weißt du? Dass ich das ein bisschen was? Dass ich das, äh, ich zeig's dir. Also, wir bauen einfach mal ein neues Schiff. Ja, machen wir doch. So. Dann steig ich mal in unseren Schweißgerät-Ding. So, wie machen wir denn den Grundaufbau? So, hier packen wir mal ein Cockpit. Ach so, ähm, es gab einige Updates seit der letzten Aufnahme-Sessions, äh, wie man am Inventar unschwer erkennen kann. Und wo sind die Cockpits? Hier, da nehmen wir am besten das hier. So. Ja, man muss sagen, ich war jetzt auch gute drei Wochen weg, das hat sich echt viel getan. Und, äh, leider sind wir ja nicht dazu gekommen, hier zwischendurch aufzunehmen. Und umso mehr freuen wir uns jetzt, dass, äh, Space Engineers weiter, 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 weiter vorangeschritten ist. Genau. Das geht ja... So, das wird wieder so ein kleines, hässliches... Lass mich aber nicht, dass du mir in meine Schweißgeräte fliegst. Äh, du darfst. So, dann haben wir das links und rechts. Ähm, ich packe mir mal schnell mal die ganzen Komponenten rein, wie zum Beispiel ein Gyroskop, einen kleinen Reaktor. Ähm, was brauchen wir denn sonst noch? Eigentlich nicht... Nichts ansonsten. Ähm... Komme ich da jetzt hin? Nee, da ist der Herr Brutzi gerade noch im Weg. Jetzt passt das. Sehr schön. So, und dann gibt's heute die Big Mama Rettungsaktion. Wie, rotes Licht? Was macht das? Es, äh, schweißt dich kaputt. Das mag ich nicht. Das finde ich doof. So, warte mal. Dann machen wir da hier und hier. So, und... So, und dann noch der Gyro. Achso, und die Schubdüse nach vorne natürlich noch. So, und jetzt haben wir da wahrscheinlich nicht mehr anreichen, äh, ausreichend genug, ähm, Schub, dass wir es bewegen können. So. Gut, dann flexe ich das unten schon mal weg. Ach nee, wir haben... Ach, habe ich jetzt Mist gebaut? Hm, scheint fast so. Wieso? Ähm, wie... Komme ich da noch irgendwo an den Reaktor? Natürlich nicht. Ach Mist. Dann, äh, flexe ich das hier nochmal schnell weg. Wo bist du? Ich muss mal kurz ein bisschen was in dir abladen. Ja, lad mal was in mir ab. Ja, find er wieder lustig. Nee, du hast mich vermisst. Ja, ich hab mich so einsam im Weltall gefühlt. Ja, und ich ess im europäischen Weltall Ausland-Dings. So. Äh, sip. Äh, reakt... Nanu? Ah, jetzt so. Hä? Wieso macht der nichts? Mach was! Ist das voll? Oh, das ist voll! Na gut, dann. Nächster Frachtcontainer. Ja, die Verbinder, die packen mehr... Äh, hier die Schweiß, die packen mehr wieder so in Frachtcontainer. Das ist echt... Ja, das nächste Mal sollten wir echt die mittleren, beziehungsweise die großen Frachtcontainer nehmen. Ja. So, dann machen wir jetzt nochmal einen Generator. Generator. Ähm, Generator. So. Einmal schweißen, bitte. Jawohl. Sehr schön. Und das Trieback. Dann hole ich schon mal ein bisschen Uran. Wo ich denn das am besten? Dann muss ich zu uns in die Station. Warum? Was brauchst du? Uran. Du hättest ja hier rausnehmen können. Ich hab hier für sieben Jahre Treibstoff in der Schweißer... Oder aus Big Mama. Na, wer weiß, vielleicht brauchen wir das alles. Wir haben ja hier... Wo sind unsere Reaktoren? Wir haben ja hier über 200 Kilo drin. So, neun Kilo sollten eigentlich genügen. Ich seh grad, wir haben ja noch das eine Raumschiff geparkt. Was wir gekapert haben. Ja. Das ist ja hier auch noch. So, als erstes... Ähm... Alles... Ach, du bist Besitzer. Okay, kann ich das jetzt trotzdem steuern? Okay. Hui! So, jetzt pass auf. Vorsicht, über dir schwebt unser Schweißgerät. Jetzt beginnt die Aktion, rette Big Mama. Was willst du denn da retten? Ich muss die da hochholen, weil sonst können wir die nicht reparieren. Kannst du die nicht einfach rausfliegen? Nein, weil es kein Cockpit mehr hat. Ach so. Das ist natürlich doof. Nein, falscher Knopf. Erstmal wieder reinkommen. So. Ja. Die unten sind aus. Gut, dann geh ich noch ein Stückchen weiter hoch. Joa. Mann, wiegt die was? Die unten leuchten hellblau. Ich weiß nicht, was das heißt, ne? Das ist dieser Auto-Connect. Ach so, jetzt hast du. So. Gut. Oh, der hast du doch gut kaputt gemacht, du. Ja, am wichtigsten ist eigentlich, dass wir das Cockpit dann wieder hinkriegen. Oder willst du das mit dem Schweißer machen? Kommst du da von unten mit dem Schweißer hin? Wo bist du denn? Hallo? Ja, was denn? Shadow am Brutzi. Wo ist Brutzi? Hinter hier. Ah, da kommt da schon der Schweißer. Ich überlege gerade, hatten wir nicht mal viel mehr Borda. Da hast du das zerstört. Ich kümmere mich mal um den Boden. Wie gesagt, ich kann ja eigentlich gar nichts dafür. Ich bin unschuldig. Halb. Fast. Man muss sagen, dass es ja auch zum Teil an mir lag. Vorsicht, weg da. So. Das ist passiert, als ich auf den Server connected bin. Da wir hier nicht auf einem gekauften Server spielen. Ja, das... Hat das der Rechner vom Shadow wohl nicht verpackt. Na, der schon. Bloß die Internetleitung wohl nicht, als er dir die Daten drüber geschickt hat. Das lag dann aber an meiner, wahrscheinlich. So, und hier müssen jetzt lauter Bohrer ran, wenn ich mich da recht entsinne, ne? Yep. Ähm... Fünf Bohrer. Warte, ich mach mal fertig hier. Weg da. Warte, warte, warte. Ich kann nicht, ich bin im Inventar. Da sind die Bohrer. Hilfe, ich werde abgetrieben. Ich werde abgeschoben. Ist noch schlimmer. Abgeschoben. Oh ja. So. Entschuldigung, hab ich mich gerade fast verschluckt. Fast verschluckt. Aber man hat fast nichts gehört. Oh, sehr schön. So, äh, die Bohrer hängen. Ja, ich bin gleich dabei, die fertig zu schweißen, wenn ich mal hier wieder vorwärts komme. So. Oh. Aha. Ich könnte ja mal gucken, ob jetzt dieses Problem mit den Dingern hier schon behoben ist, mit den Toren. Sieht gut aus. Keine Schäden. Ich fahr zurück. Da muss noch ein Cockpit hin. Ja, kommt gleich. Hey, das mit den Toren haben sie gemacht. Wir können wieder Tore fahren. War das, war das hier an der Stelle auch, dass wir Schäden hatten? War das nicht nur an dem ganz rechten? Wo wir es dann komplett, ach nee, da haben wir es ja hingekriegt, glaube ich. Nee, da war es erst. So, Cockpit ist dran, ne? Ähm, nee, äh, wir hatten hier das Problem und da hatte ich mich ja gewundert, warum, äh, das mit denselben Einstellungen kaputt geht. Und dann hatten wir drüben dieselben Probleme, obwohl es mal funktioniert hatte. Ja. So, hier ist jetzt alles heile. Ich fahr die jetzt testweise mal. Ähm, Kontrollfeld. Fahrstuhl, Passagierbay, Door, Klein. Es hat Bums gemacht. Ja, es hat... Also Big Mama funktioniert wieder. Das ist schön. Oh ja. Ja, ein paar leichte Schäden haben wir. Ach Mist, na gut. Was willst du machen? Ist halt so. Ich dachte nämlich auch, dass das hier hinten funktioniert hat, aber hier rechts nicht. Irgendwie da war was. Nee, also das da drüben, das hatte mal funktioniert. Ganz am Anfang, als wir es gebaut hatten. Und als das vorne nicht funktioniert hat, sind wir der Sache hier mal auf den Grund gegangen. Und dann haben wir festgestellt, das hat hier auch nicht funktioniert. Aber wieso es jetzt nicht funktioniert, das... Naja. Ach. Wegen... Okay. Da kann ich es mir noch denken. Wegen der falschen Blöcke. Naja. Kümmern wir uns dann ein andermal drum. So, Big Mama ist repariert. Wir haben ein neues, ähm... Stöpselraumschiff. Stöpselraumschiff. Naja. Abstöpseln, wegfliegen. Naja. Sehr agil. Ich glaube, ich muss den Gyro ein bisschen, ähm... Also, die Leute sehen es bei mir. Ich wollte gerade sagen, die Leute sehen bei mir, wie du rumzuckelst. Aber es scheint wohl doch der Gyro zu sein. So. Ah. Schon, naja... Immer noch agil, aber es geht. So, wo packen wir den kleinen Scheißer jetzt? Ach, ich würde sagen, den stellen wir einfach mal hierher. Ähm, jetzt gucken wir mal, ob denn unser Fahrstuhl noch funktioniert. Weil nicht, dass sie da auch irgendwas geändert haben und jetzt funktioniert das Ding nicht mehr. Plopp. Ja. Abwärts. Da kommt was. Tagchen. Wackeln tut's ganz schön. Wackeln tut er, ne? So, aufwärts. Schau ich mal von außen. Jetzt bist du durchgepackt, oder? Was war das? Du bist durchgepackt und, äh... Wo bist du denn? Wo fliegst du hin? Ich bin gerade voll weggeschleudert und hab gerade noch geschafft, den, äh... Das Jetpack anzumachen, bevor ich da auf der Plattform aufschlag. Sehr lustig. Also, es funktioniert noch. Sehr schön. Ja, ich komm noch... Wie man's nennt. Also, bei mir hängt er immer... An einer gewissen Stelle hängt er immer. Das ist dieselbe Stelle beim Hochfahren gewesen. Ich probier's nochmal. Jetzt backst du wieder durch. Jo, durchgepackt. Ich bin tot. Da fliegt er weg. Ja, ich bin tot. Ich kann gerade leider nix machen. Haben... Äh? Haben wir... Haben wir hier mehr Asteroiden? Schau dir das mal an. Hm. Ach, äh... Sind unsere Asteroiden weitergewandert? Mein Planet ist weg. Oh. Dein Planet ist weg? Wie? Ja. Na, wir waren doch hier in so einer Umlaufbahn von so einem komischen Planeten mit diesem... Schlechtwetter. Äh. Mit den Schlechtwetterwolken. Ach so. Ja, der ist jetzt weg. Sind die wohl weitergewandert, du? Das fällt mir gerade auf. Tja. Jetzt sind wir hier mitten im Asteroidenfeld. So, ähm, wir haben ja... Ach nee. Wollte ich schon sagen, wir haben ein Flexraumschiff, aber das entspricht eher nicht so der Wahrheit. Ähm, wir könnten eigentlich hier irgendwo in der Nähe so eine Verarbeitungs... Nee, nicht Verarbeitungs... Flex, äh... Station bauen. Ja, das wäre ganz praktisch. Dann können wir das Schiff da reinstoßen. Genau. Machen wir das dann... Wo machen wir das denn? Das könnten wir in der Theorie eigentlich hier unten dann dran basteln. Muss nur mal gucken, wo wir hier Connector-Möglichkeiten haben. Was sind das? Das sind... Das sind... Alles Assembler. Ähm... Okay, pass auf. Hier geht's dann durch. Und Connected dann hier oben. Das geht. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Ich bin, äh, hinter dir ungefähr. Weil dann... Bauen wir das hier oben dann drauf. Passt das von der Fläche? Ist ein bisschen klein, oder? Was ist das so lustig? Ist das geil. Du zuckelst bei mir übelst geil ab. Weil du bei mir übelst geil abzuckelst. Das ist, äh... Harlem Shake Space. Ja, stimmt. Da war was. So, ich komme da durch. Ähm... Ja, wie bauen wir das auf? Ähm... Ja, das ist jetzt gerade schwierig. Schwierig. Ja, ich überlege gerade, wo wir das am besten hinbauen. Weil hier soll ja so Stationen und so weiter werden. Ob wir dann das... Obwohl, das könnten wir in der Theorie... Ist das unser Farmplanet hier? Nee, ne? Doch, da fliegen schon überall die Ressourcen. Ähm... Oh Mann. Gut, pass auf. Wir bauen hier dann eine neue Station mit auf. Los, los, los. So, ich hoffe, du hast sehr viele Stahlplatten. Ich hole mal das Schweißschiff. Das Schweißschiff, nein. Das Schweißschiff, nein. So. Das müsste dann aber, glaube ich, von der Fläche her reichen. Ja. Da sollten wir eigentlich alles unterkriegen, was uns... ...dann so begegnet. Auch die größten Schiffe können verwertet werden. Und zur Not erweitern wir die Plattform eigentlich nochmal ein bisschen. Oh. So. Ich mach wieder dasselbe wie immer. Ich setz Blöcke. Und ich mach das selbe wie sonst auch immer. Ich setz im Schweißraumschiff. Eigentlich müssten wir so ein Schweißraumschiff Limited Brutzler Edition mal bauen. Okay. Im dezenten, knappen Pink. Im dezenten, knappen... ... und was auch immer, ja. Was auch immer. Wieso schaltet denn der ab und zu bei mir automatisch um? Verstehe ich nicht. Was macht er? Ab und zu schaltet der automatisch auf die Schweiß... ... auf mein Schweißgerät. Ohne dass ich irgendwas drücke. Wie, Gesundheit ist niedrig. Hab ich die schon wieder angeschweißt? Ne, ich bin wohl irgendwie in einen Stahlträger eingerastet. Irgendwas? Von dir kommt nichts mehr an von dir. Ich bin wohl irgendwie in einen Stahlträger eingerastet. Okay. So. Die letzte Line? Oh. Ne. Das ist... Okay. Das war was anderes, lieber Shadow. Das war was anderes. Hä? Was? Wo? Wann? Hä? Mit Lines und... Und die letzte Line und... Last Call, letzte Line. Ah, ich glaube da müssen wir noch ein bisschen müssen wir noch in die Breite. So, zwei, drei Stück. Mal nicht, dass wir da irgendwann mal Schwierigkeiten bekommen. Oh nein, wir haben keine Stahlplatten mehr. Oh je. Oh je. Müssten wir aber in der Station mehr als genug haben. In unserer Erzplattform, oder? Ne. Hier in der Station. Ja genau, hier. Hey, ja, ja. Da sieht man mal, wie lange ich nicht mehr hier gespielt hab. Ja. Das schaut ja krass aus. Das ist auch schon wieder am Ende der Folge. Oh, okay. Dann kann ich hier nochmal zur Kranken... Haben wir hier eine Krankenstation? Ne. Dann fliege ich rüber zur... Zur Erzplattform und werde mich da mal in die Krankenstation begeben. Ja. So, und dann würde ich sagen, äh... Danke fürs... Äh, keine Schwerkraft. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten und fürs Dabeisein. Hier bei unserer kleinen Rettungsaktion von Big Mama. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in drei Tagen wieder, ne? Äh, drei Tage genau. Bis in drei Tagen. Auf Wiedersehen. Tschüss.